Willkommen zurück beim Kramerfan in Red Dead Redemption. Platt in Ohrring 3, Ureinwohner, Goldohrstecker, einzigartiger Gegenstand, ich hab nichts mehr zum Verkaufen, den Smaragd, Schmuckbeutel, hab ich 7 Stück, macht 350$, ich mach mal ein Goldnugget, goldener Ehring, äh, der ist nix besonderes, der geht flöte, Kette mit Silbermedaillung, das ist schon was besonderes, das behalte ich mal alles nochmal zum Bau, eben Händeelf und irgendwelche Amulette. Königin Frauenschuh, Frauenorchidee, Blattloser Witterbart, Tintenfischorchidee. Halt, das ist noch meine normale Taschenuhr, das ist dieser besondere Pfeil, da hab ich noch eine goldene Taschenuhr, uah, die Reutlinger nicht verkaufen. So, trinken brauche ich ja auch kein Geld. Kaffee nimmt er noch. Was hab ich denn sonst noch im Angebot? Nix. Dosenlachs nimmt er auch. Weg damit. Ich glaub ich dann hier, Kentucky Bourbon, ne, den trinke ich lieber selbst, tatsächlich. Tja, mit meiner ganze... Was sind denn meine ganze Sammelkarte? Hab ich irgendwo was doppelt? Die Zigarettebilder? Äh, sieht nicht so aus. Da hab ich auch noch kein Set vollständig. So, jetzt hab ich ein bisschen Kohle gemacht, hä? 990, ja. 108, oben steht's jetzt, 165 Dollar, ja, moin. Aber ich mach mich jetzt tatsächlich erst ins Waffegeschäft. Hockt der Anna eigentlich immer noch im Keller? Stimmt. Oder ist er noch? So, ja. Steht ihm, you can. Ich kann ihn jetzt ausraufen, okay? Also könnte ich jetzt tatsächlich hier beim Büchsemacher im Geschäft moin meine Waffe ziehen, oder wie? Oh hey, that's a piss-pull-Move. Super, wie soll ich dem Typ, der ohne im Keller dann helfe? Du gehst raus. Ich kann ihn doch schon wieder nicht bedrohen, hier. Ich will ihn ja nicht erschießen. Ich glaube, ich glaube, ich muss den erschießen. So, jetzt tun ich den bestimmt plündern und geht eng ohne Schlüssel, ne? Ausrauben, klar. Machen wir auch noch. Hier ist gerade geschlossen, Jungs. So, das ist ein Zeuge-Mord. Okay, wir sehen uns, was wir tun können. Hier geht's. Beantächtig. Es scheint, wir sind in einer hellen Situation. Wie kann ich denn den Typ-Done jetzt raushole? Wie kann ich denn in den Typ-Done jetzt raushole? Wie kann ich denn in den Typ-Done jetzt rauskommen? Ich glaube, ich bin gleich wieder tot. Jo. Wie krieg ich denn den Typ-Done aus? Die Tür ist zu. Wie soll ich dem dann helfen, da unten drin? Kann ich mir das mal einer erklären? Ich verstehe es nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich jetzt für Kopfgeld am Arsch habe. Und vor allem, wo ich jetzt hier wieder wach werde. 70 Dollar, ja moin. 275 Dollar Kopfgeld. So, ich glaube, ich gehe jetzt erst mal ganz schnell auf die Post. Das ist ja ein Blödsinn-Skram hier. Ich dachte, ich habe dich kennengelernt. Hallo wieder. Oh mein. Du bist ein schlechtes Person. So, jetzt habe ich mein Kopfgeld bezahlt. Jetzt bin ich wieder ein freier Mensch überall. Jetzt würde ich gerne mal zu diesem Büchsemacher gehen. Ist der andere immer noch im Keller? Das ist die erste Frage, die mich interessiert. Und die zweite? Da unten ist anscheinend keiner. So, jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt, wie der Büchsemacher aussieht. Bis zum Morgen warten. Der hat schon zu. Okay. Sind wir schon zu spät? Nee. Der ist noch geschlossen wie Überfall anscheinend. Nee, von 6 bis um 12. 6 AM bis 12 AM. Bis zum Morgen warten? Nee. Hatte ich nur bis mittags um 12 Uhr auf? Das war komisch. Tja. Komisch. Jetzt wollte ich dem Jungen da unten im Keller helfen. Hat man auch mal 165, 275, hat man auch mal 110 Dollar Kopfgeld mehr eingebracht. Gestorben bin ich wieder bei der ganzen Nummer. Aber kein Plan, wie ich dem da unten raushelfen sollte. So, und was habe ich jetzt hier noch zu essen? Reicht das? Nee. Das bisschen Reptiliefleisch, das reicht nicht. Wildvogelfleisch habe ich noch. Perfekt. So. Geht's mal an und wieder einigermaßen gut. Boah, jetzt kann ich mal gucken, wie ich hier wieder an Dollars komme. Ich meine, ich habe noch so ein paar Sachen im Säckel zum Verkaufen, ja. Aber ich meine, ich renne hier mit 600 Dollar durch die Gegend, das reicht eigentlich auch erst mal vorerst. So, und was gibt's hier eigentlich noch zum Anstelleantreiber? Legendäre Fische. Ja, das hatte ich ja schon geguckt, das ist Quatsch. Saurierknoche. Kriege ich nicht angezeigt. Ähm, exotische Gegenstände. Seidenreihe, Rödelreihe und 15 Damen der Nacht. Ich denke mal, das sind nachher irgendwelche Orchideen. Dann habe ich noch diese Kunstausstellung. Kardinalskadaver, Rattenkadaver, Spechtkadaver. Boah, keine Ahnung, wie ich dort rankommen soll. Dutch will eine Pfeife. Hosea liest gern Krimis, besorge ihm einen. Raubüberfall. Büchsenmacher in St. Denis. Lenny, ja, das hat die Eva auch schon mal geklappt mit dem anderen. Traumfänger hab ich all. Lenny, Herr Tascheuhr, das ist nur noch. Lenny und Charles sind noch offen, weil die Sache noch auf dem Bett liegen. Was die mir geschenkt haben. Sobald ich die nehmen kann, sind die auch weg. Dann der Bürgermeister, der braucht wieder Hilfe. Da darf ich aber nur nachts hin. Marco Dragic. Ah, hier sind auch meine Der Weg des Künstlers, Teil 4. Als Prostituierte vergleitet, schlägt sich Chardonnay zu den Docks durch und entkommt St. Denis um den und den wütenden Bürgern auf einem Schiff. Genau. Dutch Wanderlinde, die Freuden des Stadtlebens. Ja, das war hier gerade eben erst. 15,33 Dollar. Bandenanteil gleich 0. Bandenersparnisse. Sind schon fast 17.000 Euro drin. Boah. Nicht schlecht. Der Jimboi Calloway gibt's. Okay. Und O Bruder. Die Typen sind, soweit ich es weiß, in Valentine. Obe. Tja. Was gibt's hier noch zum Anstelle? Dutch Van der Linde. In Shady Bell. Will wieder irgendwas? Okay. Ich krieg's kein Bild angezeigt. Der fliegende Adler gibt's. Und der Jimboi Calloway. Fliegende Adler. Der ist in der Nähe von... The Heartland Oil Fields. Das wäre ja auch immer so eine Idee. Da könnte ich mich ja auch immer um, wie ich da hin mache. Mache ich jetzt auch. Das war ein Augenblick zur Reite, aber ist ja goal. So, dann guck ich noch mal nach meinem Ginseng. Ich hab nämlich vorhin offline ein bisschen was verkocht oder gebraucht, um ein wenig Arznei und Kram herzustellen. Also hier bin ich immer wieder froh, wenn ich nochmal eine sammeln kann, weil die gibt's tatsächlich nicht so oft. Thymian, Oregano, Ackerminsel, Indianertabak, das gibt's hier überall wie Sand am Meer. Aber Ginseng sind wir ganz schlecht. Wenn man was zum Abendessen schieße, kann ich mal rein. Hier riecht Armo. Wer kommt wieder da hin? Wer ist denn das? Huch, das ist aber manchmal eine hagelige Garnier. Okay, bevor es nächste Kopfgeld gibt, hau ich lieber ab. Aber trotzdem brauche ich noch was zum Abendessen. Ich glaub, es gibt Wildfleisch zum Abendessen. Ja, nicht schön, aber getroffen. So, Fedi, du bist ja auch sehr, sehr neu. Und noch sehr, sehr aufgeregt. Krieg ich noch mal was zu fressen hier. Möhre müsste ich eigentlich auch noch ein paar haben. Jo, 20 Stück hab ich jetzt noch. Dann schlage ich mal mein Lager hier auf hier. Erst warte, bis sie fertig gefüttert hat. Schlage ich mal mein Lager auf und verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.